Bürokratie entwickelt sich zum Standortnachteil Nummer eins in Deutschland. Wir haben so viele bürokratische Regelungen, dass über die Hälfte der Unternehmen inzwischen sagt, sie wollen nicht mehr in Deutschland investieren wegen der Bürokratie. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen gegensteuern und da reicht das gute und geplante Bürokratieentlastungsgesetz der Ampel nicht aus. Wir müssen strukturell an Bürokratieabbau rangehen. Im gesamten Gesetzgebungsverfahren müssen wir darauf achten, dass weniger Regulierung, weniger Bürokratie bei Unternehmen und Bürgern ankommen.